Purana Meru Dandasana ist eine Bezeichnung für die Beinhebeübung aus dem Liegen. Evelyn zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage, Kopf in der Mitte. Und von hier hebst du beide Beine so hoch, wie du kannst. Und das ist dann Purana Meru Dandasana, die volle Meru Dandasana-Stellung. Meru Dandasana heißt Wirbelsäule, Dandasana heißt aber auch Stock. Diese Stellung kann man auch bezeichnen Mero, die Wirbelsäule ist am Boden. Und von hier kommt ein Dandasana, ein Stock, der nach oben geht.